mmmmhmmm Willkommen zurück zu... Jetzt nochmal Ich war grad noch im Trink... Dein Ernst? Hallo zu Titan Quest Immortal Shorned On im Hades mit Chantal Ja warte, muss ich das nochmal machen Den Wolfies und er anfängt Er anfängt jetzt seine Aufnahme bla 3, 2, 1 Sag es nochmal Und damit herzlich willkommen zurück Auch bei ihm in der Aufnahme, dir ist klar, dass ich das nicht cutten werde, oder? Ja, er ist ein Nazi Ja, ich hab... Ich hab... War grad noch am Trinken und hab so Nur gemacht, dass er nichts machen soll und ja Ich hab nur... Verstanden Vergessen Timer zu stellen und ich hab einen gemacht 1924 bin ich jetzt schon Ich hab einen gestellt Ich nehm noch 5 Sekunden länger auf Das Ding steht jetzt so bei mir Ich hab ihn bei mir in eine Station gestellt Das ist entspannter Du bist übergeistert, das ist voll gruselig, hör auf zu vibrieren Handy Deshalb hab ich mein Handy komplett stumm geschellt Nein, normalerweise krieg ich auch keine Nachrichten, weil ich einfach nicht cool bin Ich trink nebenbei noch Maracuja-Saft, was dieses Mal sogar stimmt Aber mit was drin? Zum Beispiel Apfelsaft? Apfelsaft mit Maracuja-Saft? Mmmh, lecker, mmmh Hör sich vollgeheil an! Ja man, totally! Ruhig Vitaminsaft Man kann das sogar mit Apfelsaft trinken, hab ich gelesen Man kann das sogar mit Apfelsaft trinken Man soll's doch nicht machen! Schmeckt vielleicht scheiße Schmeckt vollgeheilig, ruhig mal den Geschmack Ja... Ich hab grad gesehen, du hast mich auf Facebook eingeladen Ja... Hab ich auch gesehen Den TS zugemacht... Oh, ich bin wieder so ein richtiger Profi, ne? Auf dem zweiten Bildschirm ist wieder nichts Auf dem zweiten Bildschirm und bei mir Skype hier immer Ja, bei mir ist normalerweise auf dem zweiten Bildschirm immer TS und Skype nebeneinander Damit ich gar nicht mehr machen kann Ja, ich mag das nicht so gerne, wenn das Ich brauch TS immer offen, weil ich gucken will, wenn jemand auf den Server kommt Weil es meistens Jörg ist, der dann aufnehmen will Äh, nein, der dann zocken will Und ich bin ja einfach inzwischen durchgehend auf dem Server hier Ernsthaft, ich geh hier eigentlich nie runter Ich verschieb mich selbst höchstens mal in die AFK-Gruppe Und dann nerven mich irgendwelche Freunde von Kirschi Weil die mitten in der Nacht, wenn ich mein... Also mein Mikrofon ist ja meistens stumm geschaltet dann Aber meine Boxen nicht Und dann fangen die an mitten in meinen... Also mitten in den AFK-TS zu schreien Und dann denk ich mir immer so Jo... Jesus Kirschis AFK-TS ist nicht so, dass er... Dass man da... Dass man nicht reden kann Keine Ahnung, man, ist mir doch auch egal Ist doch nicht meiner Jedenfalls labern die mich dann immer voll Und dann geh ich... Stech auf und schieb mich in meinen Channel Und dann geh ich wieder runter Also dann geh ich wieder schlafen Weil in meinem Channel ja nur du und Kirschi rechts Gehst du nach rechts oben noch weiter? Und Jörg, weil Jörg das Passwort auch hat Nee, aber das ist ein Geister Die Geister machen mich voll fertig Wieso? Die tun nix Die wollen auch noch spielen Ich hab Angst vor denen, die gehen auch weg, wenn man nach... Wenn die uns nahe kommen Weil die Angst vor denen Das ist halt der Scheiß Ach guck mal, der kämpft irgendwer Du hast den, äh... Was? Oh, hier kämpfen sie Rette sie! Schnell! Den! Oh mein Gott, einer ist tot! Schnell hiel die Hände an! Du hast mich gehielt, aber danke! Wir konnten ihn nicht retten! Aber einen Johnny, das tut mir leid Oh Gott! Da hinten ist ne Hauptquest Da oben ist ne Quest Sind das nicht auch normale Quests? Ähm... Nein, ich glaub die Hauptquest sind die Oh Gott! Fast gestorben Jo, ich auch! Oh! Moment, ähm... Auf zwei war's anderes Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet Die hat auch nen Mana, Bernie Fotze Hab's gesehen, sie hat mein Mana aber erstmal runter gemacht Meinst du... Dann hab ich nen Energietrank genommen Ich auch Äh, du hast doch den, den vorletzten Part hier Also von dem aus gesehen Hast du auch irgendwie in den Hades genannt Aber wir sind nicht im verdammten Hades Doch, wir sind im Hades Nein, wir sind in Pazeron Das ist ne verdammte... Irgend so ein scheiß Stadt halt Ja, aber wir sind durchs Portal in den Hades gegangen Nein, wir sind nach... Wir sind nach... Wir sind nach Flüchtlingslager gegangen Fick dich, Alter Dann muss ich den Part nochmal umbenennen Fick dich, Alter Dann muss ich den Part nochmal umbenennen Fick, wir sind im Pazeron Wir sind doch nicht in diesen komischen Hades... Seelenscheiß da Also wir gehen jetzt langsam rein, glaub ich Weil... Geister zu sehen ist nicht so normal Eben Aber wir sind jetzt nämlich in diesem... Oh Gott! Alter Feuerschaden macht mich übrigens kaputt Ja, mich auch Mich macht eigentlich jeder Schaden kaputt Mich nicht Der Feuerschaden ist mir nur ein bisschen... Oh, ein bisschen... Da oben ist schon Höhle Warum geh nicht alle hin? Wie die Geister ist auch überhaupt nicht interessiert, dass hier Feinde sind, find ich super Es sind Geister, warum soll ich dich das interessieren? Geister... 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 Weißes Boot... Oh, meine Augen... Ah, fuck, meine Augen fangen an zu tränen, ey Warum? Das ist gar nicht... Das ist gar nicht... Nee, keine Ahnung, das ist gar nicht richtig unangenehm Schau nicht einfach, weil ich zu lange wach bin Zwei Minuten Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht, weil ich mit zwei Schlagen gegangen bin, Alter Das gefällt mir gar nicht Du bist gelevelt? Ich bin gelevelt Ich bin irgendwie um... Ich glaub um... Dann bin ich aufgewacht um 8 Uhr Und dann hab ich so... Aber dann wurde ja die Uhr irgendwie zurückgestellt oder... Nein, Moment... Die Uhr wurde eine Stunde zurückgestellt Also hab ich sozusagen 5 Stunden geschlafen Das heißt, ich war um 9 Uhr wach Nein, die wurde eine Stunde zurückgestellt Ja... Also... Es ist eigentlich 9 Uhr gewesen, aber die wurde zurückgestellt Das heißt, es war 8 Uhr Ja, das heißt, du hast eine Stunde mehr geschlafen Schon weniger Eine Stunde mehr Als sonst Nein, also schlafe ich bis 11 Achso Sie wurde ja von 2... Nein, von 3 Zurück auf 2 gestellt Das heißt, die Stunde von 2 auf 2 haben wir Geschenk gekriegt Finde ich richtig gut, Alter Das ist jedes Mal so das, was mein Jahr rettet einfach Alle meckern immer darüber, dass sie dann Schlafstörungen kriegen Ich hab das ganze Jahr über einfach Schlafstörungen Auch mit dieser Zeitumstellung Ich hab einfach nie Schlafstörungen Ich schlafe einfach, wenn ich schlafe Es ist ein bisschen warm Immer am meckern Ja, klar Was ist das hier eigentlich? Ich kann ja nicht mal über die Maus meckern Ja, aber du hast schon gemeckert, dass man das Klicken wahrscheinlich in der Aufnahme noch immer hört oder so Ja, man hört's ja auch in der Aufnahme Also ich hab mal nachgehört und das ist echt extrem Aber das ist mir egal Als nächstes kommt eine neue Tastatur Entweder eine neue Tastatur oder neue Boxen Nein, nicht neue Boxen, neue Kopfhörer Wieso ist das Eichenherz schon wieder aus? Ich bin nicht gestorben Yo, mein Giftteil ist wahrscheinlich wegen dem, weil wir kein Mana mehr hatten Kann das vielleicht sein? Weiß ich nicht, mein Dings reserviert ja immer ein bisschen was Bei mir auch, aber vielleicht weil's dann komplett niedergeböstet wurde Aber mein Klingschef mal ja auch noch an Das sieht extrem geil aus, Alter Außer dass hier ein Grafikglitch ist Na, der ist geil Das Passagestell sind jetzt kommen wir in den Hades Ja, stimmt Das sieht extrem geil aus Ja, das sieht extrem geil aus Außer dass da unten wieder nur schwarz ist Ah, leider Da hätten wir einen Seelenbrühe hin Guck dir mal die Karte an, da sind auch die Seelen drauf 3D sieht das so geil Ja Scroll mal ein bisschen ran Jetzt sieht man gar nichts mehr Okay, danke Hades Hades Ja, jetzt wieder im Hades Hades, guck jetzt wieder im Hades Guck mal Blümchen Aber ich hab's ja auch nur auf in den Hades genannt Nein, das sind Pilze, Freddy Das sind Pilze Das ist ein Blümchen Moment, das kannst du dir gleich nochmal ganz klar sagen Das ist ja kein Beziel Was ist das hier? Ach das Das ist ein Blümchen Das ist der Brunnen? Das ist ja voll geil Ist das hier der Mond oder so? Nein, das ist der Hades Das Reich der Toten Oh mein Gott Was ist das? Oh mein Colt Oh mein Kirschi zu zitieren Ach, wir sollen es dann machen Was hast du zitiert, Kirschi? Was hast du also... Ich hab gesagt, oh mein Colt Oh mein Gott Achso Das sagt der Kirscher Das hat er bei Cryo4 gesagt Das Letzte hat extrem viel Spaß gemacht, Alter Auch wenn es richtig scheiße war Wieso? Ach, weil wir es nicht ohne Cheats geschafft haben Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe Ja, man hätte einfach immer durchlaufen können Aber ich wollte halt jeden verfickten Gegner killen Wie haben wir Gegner getötet eigentlich? Das konnten wir nicht Weil wir immer ohne Waffen gespawnt sind Also mit extrem wenig Waffen halt, Alter Ich bin doch fast gestorben Ja, okay Ja, mit dem Discord ist das scheiße, aber Aufwarten Alter, ich glaube, ich stehe gleich mein Handy auf Word los Das kostet mich grad ein bisschen an Was man es gehört, also wahrscheinlich hat man es gehört Ich habe es nicht gehört War das gerade ein Facebook? Ne, es war ein WhatsApp Alter, ich muss mein scheiß Fenster aufmachen Das ist so fahr Ja, er ist... Oh mein Gott, Alter Der hat voll die Sniper... Der hat mich getötet Ich bin tot Danke für den Heal Good, Good Healer Sag doch mal was Danke Sag doch mal was, sag doch mal was Good Damage Dealer Auch wenn ich den meisten Schaden hier irgendwie mache Good Damage Dealer Ich mach mehr Schaden als du Alter, die Feuer sehen hier auch extrem geil aus Wahrscheinlich nicht, aber Das ist ja voll höchst Oh, Headmaster Ich war den noch nie, also Das ist hier für mich alles komplett neu, übrigens Für die Zuschauer Du warst hier schon mal Ich hab nur mal den Endboss getötet vom Hardus Nein, hier noch nie Stimmt, du hast ja alle Portale gecheatet Ich guck mal den Boss kaputt, ne Das stimmt Ja, ich muss mich auch grad... Oh, ich hab ihn gekillt Kaltes Tod Ich hab ihn getötet So wie du auch Typhon gekillt hast, ne? Hab ich Nein, hast du nicht Hab ich Du hast nur nen Assist gemacht Assi Report KS Noob Noob Oh, ich freu mich schon richtig auf den Winter, Alter Ja Warum... Warum den Koop-Modus von, äh, äh, äh Battlefield 3, der ist wirklich schlecht Keine Ahnung, ich hab Battlefield 3 nicht mal Der ist richtig verpackt Das war doch mal im Humble drin, hast du nicht geholt? Ja klar, aber ich hab's nicht auf Origin aktiviert, glaub ich Mach halt Ja, guck mal, ne? Ich hab's dann auch nicht runtergeladen Boah, der ist wirklich verdammt schlecht Der hat das 25 GB Boss, wie Spaß Das ist mehr als sein Datenvolumen Ja Na, hoffentlich ändert sich da bald mal was Oh Gott, ich hasse Feuerschaden Aber demnächst erstmal zur Versicherung, dann könnte das was werden Hä? Demnächst erstmal zur Versicherung, dann könnte das was werden Mit Feuerschaden? Ja Brandschaden Brauch erstmal ne Brandversicherung Die halten mich dann im Schadensfall Du hast schon ein bisschen Ahnung von Autos, ne? Ja Wenn ich, wenn ich Kupplung durchdrehe, den Gang einlege und die Kupplung kommen lass und das kurz So ist, als würde das da festkleben, also die Kupplung Was ist das? Ich komm nachher mal Ich komm morgen mal vorbei, wenn ich wieder nüchtern bin und das zeigt mir, was du meinst Ja, das ist noch nicht mehr so, das war nur einmal kurz, also einmal als ich zur Arbeit hingefahren bin auf dem Rücken, war's schon nicht mehr so Das war so, als wenn ich die Kupplung durchdrehe, den Gang lege, dass das irgendwie so festgefroren ist Kann sein, dass sich die Zahnräder ein bisschen verklemmt haben Bei mir ist es so, dass die Kupplung zu weich eingestellt ist Das heißt, selbst wenn ich in die Gänge schalte, ähm, schalte ich sozusagen ohne Kupplung oder teilweise ohne Kupplung, weil die Kupplung nicht weit genug geht Läuft bei dir? Das ist ziemlich scheiße, weil es dann immer gemacht Und ich musste Freitag mit dem beschissensten Auto der Weltwelt fahren Welches? Das ist ein Arbeitsauto von uns, oh, diese Müllmühle, Alter Ich wollte sie einfach wegtreten, ich wollte sie einfach gegen einen Baum setzen Sooo Na, komm mal, die Stadt Portale sind ja voll geil aus, ja Ja Heilbrunnen sind ja extrem geil aus, Portale Ich habe sie gesehen Alles Oh, oh, ich hab was gefunden Wir wissen nicht, was wir tun sollen Oh, das ist ja alles Tote Kannst du das Boot rudern? Charon ist weg Wo ist Charon hin? Was ist bloß geschehen, dass sich geändert? Wir haben nur noch die komische Medizinsäcke da Hab ich wahrscheinlich gerade abgegeben Welche Medizinsäcke? Du meinst die Flasche, die wir hatten Ja Die habe ich abgegeben letztes Mal Das war das, wo du auf einmal meintest Nein, nicht die Flasche Medizinvorrat Du hast in zwei Säcke Die Flasche, die wir im letzten Part gebackt haben Als du mit ihm geredet hast Wir haben zwei Säcke Jeder hat einen Sack bekommen Bei mir auch Okay, weiß ich nicht mehr Was macht das Boot? Fährst du das in das nächste Hadesgebiet? Keine Ahnung, wir müssen dafür erstmal den Typen finden Gah, Skelette Dann guck man es Dann Ich wollte gerade Geister sagen Was sind ja Skelette Es sind aber auch Geister dazwischen Ich weiß es nicht Oh my fucking god Oh my fucking god Der ist fast so schnell wie ich Das ist schlimm Du bist jetzt schon wieder bei 3 oder? Ne, bei 4 4, 4, ja Kurz vor 4 Ähm Ich guck mal ganz kurz Im Questlock Äh Ein gefährlicher Auftrag Äh Bring die Forte zu PC Strasus Wo ist der? Keine Ahnung Äh Zu den Flüchtlingen gebracht werden Und der feindliche Hauptmann Kehre zu Peace Test zurück Pfff Ich glaub wir müssen nochmal in diese Anfangsstelle In diese Wo wir durch das Portal gekommen sind glaube ich Machen wir nach dem Fall Äh haben wir jetzt eigentlich im letzten Also wir haben im letzten Part die Quests noch abgeschlossen da Ähm äh In wo war das? Äh Rodos Das erste Gebiet des Hades Oder das nicht Hades Ja Rodos diese äh Komische da im Walther Und dann noch in Asien Orienter Haben wir auch noch äh Dieses Unmögliche Ne Unmögliche Aufgabe Weil hier dieses komische da Ja die Unmögliche Aufgabe Geheimnisse in den Bergen Ja stimmt Geheimnisse in den Bergen haben wir noch gemacht Freddy war am rumsuchen Am rumsuchen Am rumsuchen Ich geh ins erste Da ist was für dich Ich geh ins erste Dorf und äh Fins Direkt Instant Dead Skills Ich war nicht am rumsuchen Wir haben uns beide gefragt wo das ist Ich geh in eins rein Und zu gucken wo das ist Ja ich dachte so Hier könntest du einfach ein bisschen früher Und dann gehst du in eins rein Hast Glück und da ist es Ja ich bin einfach ein richtiger Oh my god What's that Totengeißel Das ist süß Do you even Wodka? Do you even Wodka? Jo der der burnt mich so ein bisschen Da ich bin gestorben Hilf dir Alter ich hab doch schon Ich hab doch schon Aggro von fast allen Bis auf von einem Ich hab so alle bekommen Ja du hast nur zwei Ich hatte eben die anderen beiden Was ist das da oben? Hilfe Sieht böse aus Das ist wieder so ein Zauberer Nein ich mein diese Statue Die sieht böse aus Die sieht so ein bisschen mana mäßig aus Für die Ja wir wissen dass man gedrückt lassen kann Aber das ist viel zu unskillig Weshalb hört man bei mir in der Aufnahme Jede Sekunde das klicken Achso ich halte immer gedrückt wenn ich einen Gegner angreife Ich nicht Also nicht immer aber manchmal Ich klicke jedes Mal wieder Ich klicke jedes Mal wieder Ne also ich machs immer unterschiedlich Ne ich klicke einfach durchgehen Hübsche Blümchen hier Ja Warum wachsen überhaupt tote Bäume? Du bist doch voll dumm Die sind vielleicht erst danach gestorben Oder weil es der Hades ist Und sozusagen Gebiet des Todes Wachsen die toten Bäume noch Ja aber warum sollten die das machen? Die sind doch hässlich aus Warum sollten hier Leichen leben? Warum sollten die irgendwelche komischen Was weiß ich wie die Dinger nochmal heißen hier Siphone spawnen? Weil die sich wohl nur den Lebenskraft gegen Und hier laufen Leichen rum Weil die nicht in das Himmelsreich gekommen sind Und deshalb im Hades stecken Weil sie eigentlich im Himmel rum Deshalb laufen hier Geister rum Aber warum laufen hier Leichen rum? Wiss ich nicht Siehst du? Ich auch nicht Bist schon wieder fast tot Hilfe Ein Stun willst du hier? Da kommt schon wieder so ein Geisterding Äh nein so eine Doge Ja das steht in der Veranstaltung drin Ich weiss Jo ich hab hier einen Helden Der macht Schaden Hör auf wegzulaufen mit dem! Ich hab Aggro Ja sag wenn du fast tot bist dann heil ich dich Du hast keinen Platz mehr Bin voll Au 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 Schon wieder an der Sonst ist gelass ich hatte Angst Wir sollten mal wieder in die Stadt gehen Ich bin voll Na gleich Nachdem wir das Gebiet hier haben Lass uns einfach auf dem Weg zurück in die Stadt gehen und alles erkunden Da gibt es keinen Händler Das ist nur so ein Questgebiet Scheiße stimmt Aber hier haben wir trotzdem noch was nicht erkundet Was denn? Ja hier sind so Impulser Ja hier sind so Impulser Stimmt ja die hab ich da hab ich schon einer Bist du grad im Eisblock? Ja Das ist deren Stun Ich hab grad so Moment mal den Eisbär ist doch gar nicht mehr seit tausend Parts Moment du hattest doch mal einen Eisbär ne? Ja Ja Das ist gut an die Griechenland Äh Bin nach Rhodos gegangen Ich geh nach Epirus Gucken ob ich da die Quest abgeben kann irgendwo Lagere deine Sachen oder lass sie verschicken Warum kann ich das nicht? Also das eine Also ich glaub das eine war keine Hauptquest mit dem äh Ach das ist der Lagerist Ach fick dich doch Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse die du einst kanntest Intelligenzscheiß 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 Geschicklichkeit ähm Mit Feuerschame da ist nicht so geil Ich mach übrigens immer noch Kälteschame Ich hab ne Art Essence von Artemis Bungen gesehen und Essence von Klinge von Titanus Okay Wo auch immer ich die her hab Das, das, das Äh Das war ich nicht Das nicht Das nicht Jagst auch nicht Intelligenzscheiß Müst Oh ich hab äh Beinwickeln mit 12 Rüstung Und der Part ist zu Ende Ähm Deshalb sag ich jetzt schon mal Ich hoffe euch hat der Part gefallen Ich verkauf jetzt noch schnell zu Ende Und Freddy merkt es gleich auch Hm? Der Part ist zu Ende Okay Meiner in 5 Sekunden Siehste So ich hab die beiden Cross Abgeschossen Bis dann Und Das ist mein Timer jetzt Dann würd ich sagen Bis zum nächsten Partout rein und ciao Tschüss